hallo und willkommen auf meinem kanal sieben tage gaming ich bin der stefan und wir sind wieder im spiel generation zero das letzte mal sind wir ja hier ins hauptquartier rein zu dem typen und jetzt müssen wir nach diesen feldzugsplanern suchen in den verschiedenen bunkern ja und da würde ich sagen legen wir gleich mal los jetzt muss ich erst mal schauen wo hier der ausgang ist es wollen wir mal hier überall wieder zu hier geht es zu betten es wird hier angezeigt sie sind das hier fm teil lohnungskiste wenn du einen auftrag abschließt werden deine belohnungen zu deiner fm teil belohnungskiste hinzugefügt kannst sie dir holen wann immer du willst es ist allerdings nicht möglich gegenstände in der kiste zu da ist nichts drin würde ich sagen was haben wir hier oh wöchentlicher widerstandsfortschritt aufträge tages auf schließe eine basis angriffsmission ab und verwende dabei nur maschinenpistolen ok also die können wir auf alle fälle mal markieren als gesucht markiert und den hier können wir den auch irgendwie ok also ich muss aber raus hier geht's denn hier raus jetzt hier raus ich laufe jetzt einfach mal so hier ist er ausgegangen also hier geht's raus komm mach auf die tür oh das ist ein ganz anderer ausgang ok schauen wir mal was ist denn in der nähe also wir sind hier was haben wir hier hilfe ruf hauptmission aufbau einer freundschaft hauptmission hilfe ruf so wo wäre der 1 wo sind wir denn jetzt hier ich kenne mich überhaupt nicht mehr aus naja das ist doch der haupteingang gut den holen wir uns so da hinten ist die 1 also nicht dass es der typ jetzt im bunker ist komm ich da rein oh ja ich komme da rein da geht es wieder runter ich denke mal das ist der typ da drin wir gehen wir richten uns noch den roten was haben wir denn hier bausteine hauptmission unentdeckter unterschlupf unentdeckter unterschlupf wir machen mal hier den haupt suche dem feldzugsplan im bunker marten also im moment bin ich ein bisschen verwirrt wir kommen jetzt wieder hierher leuchtturm stenuden estwick hermelinen oh ich kenne mich gar nicht mehr aus gehen wir mal hier hin kommando suche im bunker minken wo ist minken wo ist minken hestwick nebenmission wo ist minken oh die sonne und er geht hauptmission ok ich würde sagen wir sind schon mal da ich steuer den hier mal an ich setze hier eine markierung dass ich den weg finde müssen dahinter es leuchten hier so viele auf gehen wir mal da runter die landschaft gefällt mir echt ganz gut bleibe aber ein bisschen von der straße weg da unten ist noch was da würde ich gerne schauen wir mal da waren wir noch nicht da würde ich gerne reinschauen ok ok stora hakbo sieht im moment ganz friedlich aus hier schalldämpfer für maschinenpistolen ok schauen wir jetzt dann gleich einmal an schauen wir hier noch rein das wird wieder so ein bootshaus sein hinten ist auch was hinten ist auch was ist nix für uns ok 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 und schauen wir mal in den lkws nach da hatten wir ja schon mal eine waffe gefunden da ist nix auch nix ist auch nix der ist leer ok ok da oben steht noch was also gut dann schauen wir mal in das haus hier rein kann man das irgendwie ausblenden das stört mich jetzt ein bisschen nehm mal die pistole leant da ist nix da ist nix terrasse ok 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 Ah, da liegt doch einiges. Na, kriege ich dich? Ja. Zwei Punkt Zieloptik nehmen wir mit. Auch wenn es eine schlechte ist, aber besser wie keine. So, hat sich auf alle Fälle rentiert, dass wir hier waren. So, wir müssen weiter die Richtung. Schauen wir mal, kommt da noch was? Da kommt noch was. Setzen wir hier einen Wegpunkt. Hier ist sogar ein kleiner Weg. Oh, oh. Ich kann leider nichts sehen. Komm, leg dich mal hin. Oh, oh. Okay. 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 Oh, das ist ein großer. Ah ja, der werden trifft. Oh, da müssen wir weg, da müssen wir weg. Komm, verbinde dich. Erstmal Schutz suchen. Noch einer. Wo ist er? Komm, heil dich gleich mal. Okay, ich glaub das war's. So, was haben denn die Burschen hier bewacht? Ist ja nimmer normal hier. Ah, wir kommen hier nicht einmal rein. Dieses kleine Lager haben die bewacht. Okay. Gut, wir schauen auf die Map. Das nächste wäre hier. Schauen wir erstmal da hoch, was da oben ist. Okay, frei ist falsch. Das ist anscheinend was Größeres. Da fliegt einer. Jetzt fliegt er weiter. Hey, 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 hey. Okay, da können wir noch ein bisschen näher ran. Aber hier ist irgendwas stört hier. Okay. Hier ist einfach called. Jetzt kommt hier her. Wer hat es uns gesehen. Oh 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 Komm ich hau hier mal ab Wo ist er? Oh 97 leben Uh Das ging schnell Ja komm hau ab Hau ab Ziemlich mal gekonnt zurück Ey 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 Der sieht mich So Einen hit mal Komm heilen heilen Wo ist er denn? Ich zieh damit Komm raus Burschi Komm raus Da ist er Der steht Der steht Der steht Der steht so jetzt haben wir das war ja jetzt wieder was zum glück haben wir die adrenalin spritzen da können wir uns wieder schön wiederbeleben so jetzt zerstören aber erst einmal diese antenne und ich halte mich erst mal sie müsste jetzt eigentlich frei sein da muss ich mal schauen wie ich das zeichen hier ich glaube das ist der flieger der herum fliegt so kann ich hier eigentlich irgendwie was machen ok dann ziehe ich mich hier in dem wald mach das mit der pistole da habe ich die meisten schüsse so so ich verbrauche nur unnötig munition das ding muss doch kaputt gehen so dann würde ich sagen gehen wir mal da runter waffen 2 da ist nix die sind im haus drin hier ist auch nix jeder würde ich sagen gehen wir mal rein okay hier ist der erste die sind alle unten die sind alle unten hier sitzt noch einer hier sitzt noch einer Tür. Oben ist nichts mehr. Wo bist du denn? Da liegt eine Waffe. So, jetzt ist Ruhe hier. So, kriegen wir mal jetzt eine bessere Waffe. Textil, Mauserjagdgewehr. Da ist noch was zum Nehmen. Okay, was war so für eins? Ah, diesmal war es zwei Grünchen. Okay. Schon mal besser. Schauen wir mal, dass wir hier wieder rauskommen. Was liegt hier? Nix. Wir haben nix übersehen, hoffe ich. Hier. Noch eine Waffe. Waffen, beide gefunden. Was war das für eine? Oh, normales. So, wir schauen aber hier trotzdem noch rein. Okay, was ist mit den Stühlen los? Die Geisterstühle. Die Geisterstühle. Da schauen. Oh, okay. Schalldämpfer für Gewehre. So, was habe ich denn an Gewicht? 46, da geht noch was. Ein bisschen geht immer. Na, würde ich gerne mitnehmen. Maga nicht. Kriegen wir heute nix. Warum kann ich dich nicht mitnehmen? Dich würde ich aber auch gerne, dann halt nicht. Oh, die haben sich hier im Stall eingerichtet. Was haben wir denn jetzt gefunden? Zielfernrohr? Hm? Für Gewehre 1 bis 4. Kann ich hier eigentlich auf mein Hirn Schalli... Ihr habt schon ein Schalli, oder? Hm? Ergänzen. Nee. Okay. Ich muss auf alle Fälle wieder ein bisschen Munition herstellen. Die wird sehr, sehr schnell... Wird die leer. Was haben wir denn hier? Okay, da oben ist wieder ein kleines Log... Na, nicht. Kleiner Unte... Ich dachte schon, hier ist ein kleiner Unterschlupf. Nee. Okay. Da waren wir überall drin. Schauen wir noch in die Container rein. Gut. So, da müssen wir eigentlich hier alles haben. Dann schauen wir mal weiter. Was ist denn hier der weiße Kreis? Was ist das? Da gehen wir jetzt nochmal hin. Was bedeutet der weiße Kreis? Halt, hier hätten wir noch eine kleine Hütte. Na, schau an. Da liegt noch was drin. Okay. So, wir schauen mal zu dem weißen Kreis. Okay, das ist nur der höchste Punkt anscheinend von dieser Formation. Also gut, dann Wegpunkt setzen. Dann müssen wir da runter. Da vorne ist der Leuchtturm. Eine Relaisantenne, okay. Da ist der Leuchtturm. Da müssen wir hin. Ich gehe mal bis zu dem Lost Walken. So, da steht die Antenne. Das sind zumindest kleinere. Okay. Ich würde sagen, für heute reicht es. Und wie es hier weiter geht, da sehen wir im nächsten Video. Danke fürs Zuschauen. Servus.